Herzlich Willkommen zu einer besonderen Ausgabe der Glöckner Autowelt Aktuell. Wir präsentieren Ihnen den Beginn einer neuen Ära bei Alfa Romeo. Der neue Alfa Romeo basiert auf fünf Säulen. Zuerst das Design, kultige Stilelemente wie der Alfa Romeo Kühlergrill Scudetto genannt und die klassische Linienführung. Die Mensch-Maschinen-Schnittstelle, Infotainment mit Apple CarPlay und Android Auto und mit modernen Sprachassistenten von Google und Alexa kompatibel. Das Onboard-Erlebnis mit Premium Ambientebeleuchtung, autonomen Fahren 2.0 und zahlreichen Sicherheitsassistenten. Elektrifizierung. Der Alfa Romeo Tonale ist der erste elektrifizierte Alfa Romeo. Zum Start gibt es zwei Benzin-Hybrid-Motoren mit 130 und 160 PS, gefolgt von einem Diesel und zum Ende des Jahres kommt dann ein Plug-in-Hybrid mit 275 PS und Allrad. Zuletzt die faszinierende Fahrdynamik. Die wollen wir Ihnen aber gar nicht näher beschreiben, sondern laden Sie herzlich ein zu einer Probefahrt. Den neuen Alfa Romeo Tonale gibt es ab sofort ab 36.900 Euro. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!